Hey Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Wir werden jetzt die Hauptfest machen. Alles in Ordnung? Ja. All right. All right. All right. All right. Gesundheit. All right. 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 Jetzt geht's! Jojo, wie ist das? Das war nicht so schwer! Es braucht zwei. Das war nicht so schwer! Hey, Ignis, instructions! So well. Right there! Nice work, Gladio! Sehr gut, das lief doch voll gut. Nur die Zeit war halt grad blöd, ja. Na gut. Aber dafür war die Technik, die es nur auf S. Einfach wahrscheinlich wegen den ganzen Kombos und sowas. Ich mein, wir haben schon gut gekämpft, seid ehrlich. Da haben wir auch schon unseren nächsten Dungeon. Der auch nicht für Leute, der auf Level 50 ist. Oh, warte mal. Ich werde, glaube ich, mal speichern. Kann ich hier? Ja. Nur für den Fall. Ich hab Licht. Ich hab dich. Na der Bühne, vielleicht der Kolder bleibt die Demons? Ja. Weil Monster lieben Worm. Ah, Sarkasm. Aber was wenn sie sie entgegen? Encasen in Eis, warte, für etwas Worm zu passen. Und dann sie rauskennen. Ich habe mich ganz schön weggestoßen hier. Oh, was? Scheiße, warum habe ich denn keine Magie mehr? Oh, mein Gott, ich habe nichts mehr. Der Prinz von Pain. Ich habe schon wieder mit Zerber angezündet. Ich schieße immer voll daneben. Warte mal, kommen wir da nicht... Warte mal, was könnte möglicherweise falsch gehen? Gerade eben komme ich hier hoch, Warp. Ich dachte, ich kann dann hoch. Aber scheinbar nicht. Oh Gott, wir gehen da ganz schön weit runter. Oh Gott. Oh cool, ich bin sogar jetzt hier oben gelandet. Ich habe sogar einen Ether bekommen. Oh mein Gott, das erinnert mich daran. Ja, wir wollten doch eigentlich nach den Items suchen. Aber das Ding ist, wir haben halt keine gefunden. In Lestalom. Aber dann bleiben wir hoffentlich hier oben. Damit wir nämlich hier die ganzen Sachen abholen können. Ein Carbon-Reif. Ah ja, wir können doch jetzt mehrere Sachen ausrüsten hier. Und dann haben wir hier oben. Und da's dort waren wir hier oben. Und dann bin ich hier oben. Ich sage, ich bin ja. Das war's. Nein! Ich wollte es gar nicht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Was ist das? Was ist denn jetzt passiert? Warum war Prompto nach da oben? Wo ist denn jetzt Prompto? Der ist komplett weit weggerutscht. Ach, hier müssen wir weiter, okay, dann... Ich glaube Prompto, den hat er aus der Existenz gelöscht. Ah, hier so. Ist auch hier mal ein sehr interessanter Bug, wenn ich das mal so sagen darf. Ach nee, warte, hier kommen wir noch. Ja, okay, gut. Nicht wirklich. Ja, hoher. Ich weiß selber, dass es kalt ist, okay. Vom Ignis geht's am besten, der hat ein... Der hat lange Ärmel. Weißes Halsband. Wahrscheinlich die LP Regeneration geringfügig. Nee. Jetzt haben wir ja schon stärker ausgeschüttet und sowas. Ja. 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 Ich hasse diesen Dungeon so sehr. Ich hasse diesen Dungeon so sehr. Ich will doch gar nicht runter. Jetzt muss ich ja wieder den ganzen Weg leiden. Das ist doch unfassbar. 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 Ich wäre fast schon wieder runtergefallen. Das ist echt ein Kack Dungeon. Das ist doch unfassbar. 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 Hey, wo hast du das gelernt, Doc? Vladeo, mach es! Man kann nicht alles haben im Leben, Ignace. Genau so wenig den Weg hier rauf. Ha, doch hier. Also, okay, wir sind wieder ganz am Anfang. Also nicht ganz am Anfang, aber... Ein bisschen. Ah! Nein! Oh, nicht von da. Nein, Gladio! Ah, nicht Gladio, ist nach oben. Oh, nicht ganz am Anfang. Oh, nicht ganz am Anfang. Last thing I knew now. Eyes peeled, mouth closed. Gotcha! Ignace! On your mind. Gotcha. Uh-huh. Nicht! Geht still! Ja! Really? Again? Ja! So, wohin genau gehen wir? Ich glaube hier lang. Ja, ich habe keine Ahnung. Hallo! Jawohl. Na dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter bei Final Fantasy 15 und ciao!